Der Kleine, so groß, so hier ist er irgendwo so ein Krüppelbeier, so ein Kleiner, der muss mitschwimmen, dann fällt er runter vom Rücken, dann holen sie ihn und wenn er das nicht schafft, dann wartet Krokodil unten auf ihn. Diese Bullen da, der rechte, das ist so ein Jungbulle, schätzt ihn so 10 Jahre, 12 Jahre, so irgendwann muss er aus der Erde.